Und herzlich willkommen zurück zu Antörn und trotz dass in der letzten Folge mir das Flugzeug in die Luft geflogen ist Ähm, bin ich wieder am Flughafen und hoffe ein neues Flugzeug zu finden Ähm, wenn das möglich ist, wäre das schon ziemlich cool Was? Hier ist das Flugzeug in die Luft geflogen Ja Leute, wer das nicht gesehen hat, schaut bitte die letzte Folge Es war einfach bombastisch Aber leider steht da jetzt auch kein neues Flugzeug drin Mann, spawnen die nach? Oder hinten ist... steht da hinten vielleicht eins drin? Ah, da hinten ist ein großes, was drin steht Mann, da hinten ist ein Auto, ist das ein Leichenwagen? Sag mal, das gibt's ja wohl nicht Aber ich hab jetzt auf jeden Fall ein schnelleres Auto, das steht fest Schade, hier ist kein weiteres Flugzeug mehr Sollten wir vielleicht mal... äh, nein, nein, andere Waffe, die hier, bitte Ähm, jetzt wo wir am Flughafen sind, ich hab ja da vorne mein Taxi und so weiter Ich würde gerne mal den Tower hier checken So Hallihallo, Hallöchen Äh, Zombies Ich hoffe, dass ihr keinen Stress macht Ja, es wäre echt schön, wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass es halt nachspawn Ist da oben jetzt was? Hallo? Huhu? Zombie? Oh, hier oben ist gar keiner am Start Da ist... Oh, ne Paint... Naja, die will ich nicht Ich will keine Paintball Gun Hier oben ist einfach gar nichts, außer das da Ein Bandana Yay Warte mal Ich bin jetzt richtig Se... Oh Se... 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 Cool, ne? Wow GG Nice Hat's mir mega gebracht Okay Dann holen wir da hinten mal unseren Leichenwagen Ich hab ja hier Ähm, das ist noch alles Fuel Ist das alles voll hier? So Oh ja, wir haben hier ein einiges voll Das ist mega gut Dann können wir schon mal hingehen vielleicht Und, äh, den Leichenwagen uns da klauen Wir könnten ja einfach so ein paar Autos uns bunkern oder so Ich schnapp mir mal den Wagen da hinten, ne? Und geh ein paar Zombies einfach aus Prinzip aus dem Weg Weil Zombies böse sind Und, äh, gerne mal ein bisschen rumpöbeln, ne? So Unser Haus müssen wir noch weiter bauen Dürfen wir nicht vergessen Deshalb Ist das Auto da fahrbar? Das sieht nämlich aus wie ein Leichenwagen Deswegen hab ich das ja gesagt hier, ne? Wow 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 What the fuck Pam Und zack Huiuiuiuiuiuiuiui Meine Güte Das, äh, war jetzt nicht so geplant Ich bin einfach nur erschrocken Aber warum war ich plötzlich Da, ah, ah, da ist Guck mal, da ist Hector Unser Traktor Okay Weiter Wir müssen das jetzt so machen Ja Fuck Scheiße Ich komm hier nicht raus Nein Nein Ich muss den Leichenwagen hier stehen lassen Okay, es ist eher ein Chip als ein Leichenwagen Äh, ein Jeep Sorry So Kann ich nicht aufladen Schade Ähm Ja Ein Black Rover ist es Ich dachte, es wäre ein Leichenwagen Verdammt Okay, wo hab ich das Taxi nochmal geparkt Hector Es tut mir leid Du hast sehr lange Zeit richtig gut gedient Aber Du bist ein bisschen langsam Deswegen Oh Gott, oh Gott Ja, wir gehen zu unserem Taxi Leute Ihr könnt euch einen Namen aussuchen Für das Taxi Das braucht nämlich auch noch einen Namen Einen Namen So Das hab ich da hinten geparkt Wie ihr es sehen könnt Zombie vom Traktor überrollt So Dann steigen wir hier aus Dann gehen wir hier hin Und machen wir Oh Wir machen einfach mal Pass auf Leute Und Zack Oh oh Zack Wechseln zu dem Messer Und Wow 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 Das geht zu weit Das geht zu weit Das geht zu weit Das sind zu viele Huiuiui Damit hab ich jetzt überhaupt nicht gerechnet Dass da so viele kommen Okay Leute, wir schlagen Warte mal Wie viel haben wir denn Warte mal Wir schleichen uns mal an Und machen folgendes Wow Und Komm Und machen 3, 2 Und Lol Hä Was seid ihr für Ottos Ja geilo So, Achtung Den bringen wir um Kacchan Wow Wow Das war gut Lol Hä Sag mal Warum Riss Also die Zombies haben gerade kein Bock auf mich So wie das aussieht Alles Klärchen Okay Hab ich kein Problem mit So wie sieht es denn hier aus mit Essen Komm wir essen jetzt einfach mal eine Karotte Nom 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 Sehr schön Okay und noch eine Karotte Das schadet ja überhaupt nicht hier So Okay Ähm Wir füllen das Taxi hier mal auf Equip Und machen hier folgendes So Okay Sag mal hier 44% Drin Wir könnten jetzt einen weiteren Rundtrippe wagen Oder wir könnten hier nochmal sowas schlürfen Damit unser Getränk nach oben geht So Na 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 Okay Passt Ja 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 die Radiation die geht irgendwann sowieso runter Hab ich denn eigentlich noch die Bottled Can dabei Ne die hab ich glaube ich verloren Naja okay soll vorkommen Dann ähm setze ich mich Was Hat irgendjemand was gesagt So ähm Und zwar muss ich ganz kurz äh in meinen Browser gehen Und hier nach oben ziehen Damit ich die Map öffnen kann So Weil äh wenn ich die Map geöffnet habe Dann sehe ich wo es hingeht Und zwar sieht es da oben irgendwie aus Nach einer Art Burg Turm oder irgendeine Ruine Die kreisförmig angeordnet ist Deswegen fahren wir jetzt Eine weitere Tour Und zwar Oh 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 Alles gut so Und zwar hier diese Straße entlang Ich frage mich Oh warte jetzt muss ich nochmal ganz kurz hingehen Und äh Bandicam woanders hinziehen So Nämlich dahin Weil sonst sehe ich nicht wie lange ich aufnehme Vielleicht nehme ich dann mal aus Versehen Einfach nur Fünf Minuten auf Anstatt äh 200 Ne äh Ihr wisst was ich meine So Wir fahren diese Straße jetzt hier entlang Und die erste Abbiegung die kommt Die müssen wir nehmen Na So wir haben noch genug Tanker auf jeden Fall Im Tank Und ja ich bin jetzt mal gespannt Wir sind jetzt sehr weit im Landesinnern Und äh Hier war ich noch nie Ihr wart bestimmt hier auch noch nie Okay weiß ich nicht Wer von euch spielt denn aktiv Antürn würde mich mal interessieren Einfach mal in die Kommentare hauen So Okay Das Taxi ist unterwegs So Dort hinten Also ich muss jetzt hier abbiegen Ob Ist das schon hier? Die Straße ist groß Leute Okay ja das ist tatsächlich Waaaa Äh ich hab Ich hab Ja Loll Lebt das noch? Ich hab ein Schwein überfahren Leute Es tut mir so unheimlich leid Na Ich habe tatsächlich ein Schwein überfahren Okay Jetzt fahren wir hier weiter Entweder komme ich da jetzt zu einer Militärbasis Oder Ich weiß nicht Auf der Karte sieht es einfach Kreisförmig aus Ich weiß nicht Wo mich das Ganze jetzt hinbringen möchte Ich kann es euch echt nicht sagen Würde mich auf jeden Fall mal Interessieren Was es für ein Ort ist So Das sind die Bäume Die sind hier schon ganz Oh Seltsam Okay Dort oben Am Berge Bin ich jetzt echt mal gespannt Was das ist Ich kann es auf der Hä Okay Ja Eine Steine Irgendwas mit Steinen Na Hier irgendwie was Guck mal Guck mal Wir könnten jetzt hier Wir fahren jetzt mal hier rein Könnt ihr jetzt so ein bisschen Warte mal Hier sind mehrere Autos So wie ich das sehe Wir steigen mal aus Rüsten uns mit dem Messer aus Hä Das sieht so aus Ach Diese Steine hier Guck mal Die bilden einen Kreis Und deswegen sieht das so aus Wie es aussieht Wahrscheinlich Na Hier wohnen irgendwelche Ich glaube hier wohnt der Präsident Oder so Ist das die Mafia So warte mal Und Bam Ein Ghost Was also Und bam So tschüss Okay Leute Ich muss mal ganz kurz hier umswitchen Und zwar Hände ich gerne Nein das ist zu groß Oh Mann Ich weiß ja nicht was ihr gegen große Dinge habt Da aber große Dinge sind Eigentlich was tolles Ähm Ich werde mal ganz kurz Einfach mal Das hier Dahin machen Das da runter machen Das da dahin machen Dann tauschen wir nämlich das da Das da Machen wir so Und so Und nehmen das hier auf So Wie ihr gesehen habt Haben wir da hinten einen Feuerzombie Und mit denen lege ich mich ungern aus der Nähe an Deswegen skillen wir hier nochmal Sharpshooter hoch Und zwar so hoch wie es geht Und dann erledigen wir den da hinten In der Hoffnung dass er auch erledigt ist So Wir gehen Bisschen her Wow Was für eine geile Explosion Leute So ich hole mir natürlich den Pfeil hier So Und lade auf jeden Fall auch nach Alter Das hier Ohne Witz hier ist die Mafia Leute Wir haben hier auch ein richtig cooles Auto Das sollten wir nicht schrotten Ich weiß da hinten ist unser Taxi Aber Ähm Ja Wir könnten ja Dieses Auto safen Alter hier ist die Mafia zu Hause Leute das ist heftig So Oh oh Da kommt er aus dem Busch der Lümmel Zack Wuh Wuh Irgendwas wertvolles ist da drin Sonst wären nicht so viele Oh oh Nachladen bitte Oh oh Und Zack Okay der ist erledigt Eine Paintball Gun Die will ich leider nicht Sorry Okay die machen keine Schaden Diese Pfeile hier mehr Ups Nachladen bitte Wir gehen mal hier rein Wir sitzen hier aus Was ist das da Calling Card Magazine Ach scheiße Das hier ist tatsächlich Wir sind in einem Mafia Gebäude Leute Ach du Kacke ey Ich hab mit allem gerechnet Aber nicht mit sowas Holy Whoa Whoa Boah Meine Güte Paintball Gun Ihr immer und eure Paintball Schade Mann 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 Ach du Kacke Wo ist der Pfeil Ist der vielleicht komplett am Arsch Schade Oh Der da ist böse Oh oh Ähm Mist Ah gut Gut der ist weg vom Fenster Nice Das geilste wäre Wenn da noch ein Heli stehen würde Boah Ein richtiges Mafia Gebäude hier Das ist echt heftig Leute Wenn hier ein Heli stehen würde Das wäre so nice Okay Ähm Schauen wir uns hier noch ganz kurz um What the fuck Okay Hier ist eine richtig geile Waffe Inventory Wir machen die da mal weg Und nehmen die da mal auf Ähm Tauschen das dann mal fix out What the fuck Da hinten ist ja noch dieses Magazin Leute Wenn ihr euch erinnert Äh 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 Das war Genau hier drin Ja Missing Space Wie viel braucht denn das Ja Kann ich die nicht wieder addieren Warte mal Craft Munition Munition Genau das hier Äh Warum geht das nicht Achso warte mal Wenn ich das hier mache Nein Und jetzt Kann ich Warum kann ich die nicht zusammen Craften Achso Weil es auf dem Boden liegt Ha Sehr logisch So Ähm Machen wir das da mal kurz weg Und äh Ne den lassen wir Das da weg Das da hier hin Dann gehen wir auf Craft Und machen wir das jetzt nämlich zusammen Das war nämlich mein Plan So und das da Lesen wir Das da machen wir weg Zack Und Oh 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 So zack Auflesen Und Auflesen Und Leute wir entfernen uns mal etwas von dem Haus hier Wir haben eine richtig coole Waffe Wie ihr hier sehen könnt Und ein richtig cooles Auto Das bringen wir mal noch kurz in Sicherheit Leute Ähm Wir waren bei der Mafia Oh Fuck Es war ja so klar Das ist die Kurve Nicht richtig krieg Und erstmal das Auto Fast schrotte Wow Das ist so schnell Holy holy moly So Mit dem Auto werden wir auch weiter fahren Denk ich So Alter Okay Leute Das ist so krass zu fahren Leute Guckt mal Das fährt über Wow Das fährt 90 Das ist schneller als das Taxi Leute Das ist unsere neue Karre Mega nice Yeah Wow Wuhu Das ist der Hammer Und eine coole Waffe Haben wir auch noch Also können wir öfters Vorbeigucken Um nach Munition zu gucken Also was den Loot angeht Ich würde jetzt an der Stelle sagen Leute Das war es mit der Folge Wie gesagt Wenn es euch gefallen hat Immer dran denken Den Daumen nach oben So Und Ne halt Wir müssen Nichts mehr raus So Und so Und so Bis dann Leute Und Tschüss Tschüss Bis zum nächsten Mal.